Russland-Ukraine-Krieg. Friedenskonferenz offensichtlich unerwünscht. Es liegt an allen Beteiligten. Einem Weg zur ehrlichen Aufarbeitung der Ereignisse sowie nach friedensstiftenden Lösungen am Verhandlungswege zu suchen, ohne an einer weiteren Eskalationsspirale zu drehen und der ernsthaften Bedrohung Europas in einem dritten Weltkrieg mit atomaren Katastrophen zu versinken. Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache meldete sich mit eben gezeigtem Aufruf und dem Anliegen, im Dezember in Wien eine Ukraine-Russland-Konferenz zu veranstalten. Bei dieser Diskussionsveranstaltung sollen die Hintergründe und die Vorgeschichte des Russland-Ukraine-Krieges objektiv und sachlich analysiert werden. In einem neutralen Land wie Österreich eigentlich nichts Abwägiges. Klar TV zeigt auf, wie die Mainstream-Presse reagiert, wenn ein Politiker mit diesem Anliegen an die Öffentlichkeit geht, unabhängig ob dies wie in diesem Fall nun von Herrn Strache kommt oder von einem anderen Politiker. Bereits als die Veranstaltung noch nicht offiziell war, sondern nur bekannt wurde, dass Strache verschiedene Diskussionsteilnehmer einlädt, reagierte die österreichische Tageszeitung Der Standard in einem groß angelegten Rundumschlag. Strache plant Ukraine-Konferenz mit hart rechter Schlagseite und sorgt für Aufruhr. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bastelt an einer Veranstaltung mit russophiler Gäste-Schar. Was dabei besonders hervorsticht, der Standard legt seinen Bericht so an, dass er die Person Strache in allen Variationen verunglimpft, ohne dabei ausgewogen auf das Anliegen der Veranstaltung und die neutrale Rolle von Österreich in diesem Krieg einzugehen. Nachdem die Einladung für die Konferenz vorlag und Strache eine persönliche Erklärung zum Inhalt und Ziel der Diskussionsveranstaltung veröffentlichte, folgte sogleich der nächste verleumderische Bericht des Standards. Von Straches groß angelegter Ukraine-Konferenz bleibt ein kleines rechtes Grüppchen. Der Standard geht in seinem Artikel mit keinem einzigen Wort auf die Erklärung von Strache ein. Die Leser werden gekonnt auf ein Nebengleis geführt, in dem stattdessen ein Auftritt von Strache in einer deutschen Satiresendung ausführlich thematisiert wird. Noch kurioser berichtete die österreichische Tageszeitung heute über die Konferenz. Nachdem die Einladung per Presseaussendung allen Medienvertretern in Österreich vorlag, titelte die Heute-Zeitung Strache sorgt mit Vizekanzlerbezeichnung für Wirbel. Heute thematisierte in ihrem Bericht vor allem, warum sich Strache in der Presseaussendung zur Ukraine-Konferenz als Vizekanzler außer Dienst bezeichnet. Eigentlich sollte man meinen, dass die gewichtige Thematik dieser Diskussionsveranstaltung von ernsthaftem, medialem Interesse ist. Auffallend ist, dass jede Person, die unabhängig und kritisch die Hintergründe und Vorgeschichte zum Ukraine-Russland-Krieg objektiv thematisiert, von der Mainstream-Presse ebenfalls sofort verleumdet und nicht selten als Russland-Freund oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Hier nur drei kurze Beispiele. Verschwörungstheorie Daniele Ganser erklärt den Ukraine-Krieg Die Welt Das Dreamteam der Russland-Versteher Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU und Sarah Wagenknecht von der Linkspartei Basler Zeitung Die grüne Nationalrätin rückte sich am Freitag in der SRF-Sendung Arena in die Nähe von linken Russland-Freunden. Es lässt sich nicht mehr von der Hand weisen, dass die Mainstream-Medien im Verbund die Berichterstattung über die großen Zusammenhänge und geopolitischen Kriegsstrategen bewusst zensieren und jede Gegenstimme und objektive Aufarbeitung mit aller Macht zu unterdrücken versuchen. Sehen Sie, verehrte Zuseher, im Anschluss das Statement von Heinz-Christian Strache, das die Mainstream-Medien bisweilen ignorieren. Dieses bringt jedoch ganz klar auf den Punkt, was das Ziel, das Anliegen und der Inhalt der Veranstaltung ist. An den Standard und an alle anderen geschätzten Medienvertreter. Ich habe in meiner Zeit als Vizekanzler der Republik Österreich und als Bundesobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs immer während der Neutralität stets aktiv gelebt und belebt, sowie politische Gesprächs- und Verhandlungsebenen in alle politischen Himmelsrichtungen aufgebaut. Neben guten Kontakten in Russland hatte und habe ich diese auch selbstverständlich in der Ukraine, aber auch in den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern am internationalen Paket gelebt. Man muss mit meiner politisch-freitlichen Gesinnung und Positionen nicht immer und überall übereinstimmen, aber ich habe immer versucht, Türen zu öffnen und nicht zu schließen. Dies ist auch mein Grundverständnis neutraler österreichischer Politik, basierend auf unserer österreichischen Verfassung und meinem freiheitlichen Fundament. Dass es sich um einen russischen Angriffskrieg handelt, habe ich mehrfach öffentlich in diversen TV-Diskussionen auch auf Ö24 festgehalten. Jedoch gibt es auch Hintergründe und Vorgeschichten zu diesem grausamen Krieg mit dem unendlichen Leid, das dort angerichtet wird, mitten in Europa, die es auch scharfsinnig und ehrlich zu analysieren gilt, ohne Relativierung des russischen Angriffskriegs, um zukünftig schlimme Entwicklungen hintanzuhalten. So sind geopolitische und auch geostrategische Interessenslagen der USA, ja auch der NATO und deren praktizierte NATO-Osterweiterung, die, wie es sogar der Heilige Vater formuliert hat, aktuelle Kriegsentwicklungen provoziert haben, nicht von der Hand zu weisen. Es liegt an allen Beteiligten, einem Weg der ehrlichen Aufarbeitung der Ereignisse sowie nach friedensstiftenden Lösungen am Verhandlungswege zu suchen, ohne an einer weiteren Eskalationsspirale zu drehen und der ernsthaften Bedrohung Europas in einem dritten Weltkrieg mit atomaren Katastrophen zu versinken. Das müssen und wollen wir alle hoffentlich verhindern. Daher muss immer Anlass für Gespräche, Diskussionen und einen offenen und ehrlich gelebten Dialog letztlich auch sein, ganz im Sinne der österreichischen Neutralität und unserem innigsten Wunsch nach Frieden im Ukraine-Krieg und in Europa. Ihr Heinz-Christian Strache und in Europa. für heute ist die Ein-Güchner-Krieg auch ein-Güchner-Krieg Untertitelung des ZDF, 2020